Das stinkt doch zur Hölle. Der ist nur fixiert auf das Boot. 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 Ich bin ein Fischen-Captain, nicht ein Miracle-Worker. Okay. 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 Klingt ein anderer Plan. Yay. Okay. Okay. So. Wir sind hier. So. Okay. Wie so einige andere Sachen. Mh-hmm. Mh-hmm. so da lang kommen wir definitiv nicht mehr du musst ja jetzt nicht zum zeitlangstand gehen freundchen interessierten nicht okay wer sollte draußen bleiben allgemein touristen also zu risten zeug ich schon zeitungsautomat na dann nix wie er damit straßen hier liegt erstmal nichts rum zeitungsdingen würde ja nicht öffnen naja wenn du jeden tag gehen hattest also eigentlich nicht ja das glaube ich auch was ist die marken aaj 2 x 68 b was haben wir hier drauf ne 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 da wollte ich doch nicht hin scheiß die wandern sind hier aufgestapelt gefällt freundchen doch bestimmt von oben und geschmissen oder so so viele wenn ich die jetzt erschieße mache ich wieder wenn ich sie nicht erschieße brechen sie vielleicht los ich gucke von uns fern durchs fernrohr wollen wir keine münzen rennen machen denn hier ist wahrscheinlich nichts drin sein also müssen wir zum zeitungsautomaten könnte ich mir doch denken vor allem warum ganz oben auch also es ist ja nicht so als ob die reingeflogen kommen ganz ruhig halt alles geht leiser weiß ich nicht werden aber trotzdem nicht erschießen sind da schon so viele die sich bewegen ja jetzt siehst du die anderen ich weiß nicht gibt es ja noch irgendwo ein boot wer hätte das gedacht das ist die brücke ich kann mich über die rum ne freundchen da ist jemand was macht er da hätte ich doch mal vielleicht erst die andere seite geguckt das ist ein kind steht auch noch da ich glaube ich nicht ich glaube ich nicht das wird so nicht klappen ich kann gerade auslaufen jetzt nehme ich nicht wo ich hin halten soll Nein, 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 nein. Clementine? Wer bist du? Nope. You're not the guy on the radio. I'm not a guy at all. Full marks for observation. Kenny, Waffe runter. Ah. Scheiße. No, he's with us. Oh, man. Who the hell are you people? That's what I'm going to do. I'll calm down once she tells me who the fuck she is. Back off, asshole. The name's Molly. Molly? I'm Lee. This is Kenny and Clementine. We're not looking for any trouble. Hi. Hallo. You guys really aren't from Crawford, are you? Nein. Mhm. I don't know what that is. Everything beyond that barricade. Mhm. What the hell happened to you? You sure you want to know? Nein. Ich glaube nicht. Der nickt auch noch. We're not going to shit. Some people got together and sealed off that whole neighborhood. Folks willing to do anything to stay alive. Mhm.. Mhm. Why? Let's just say they have a zero tolerance policy for anyone who won't or can't live by their rules. So how'd you know we weren't them? In any kind? Weil es keine Kinder in Crawford gibt. Nicht mehr. Was bedeutet keine Kinder? Warum nicht? Keine Kinder, keine Kinder, niemand mit einer Medikamenten Kondition. Nämlich niemand, der könnte sich auf die Gemeinschaft sein. Crawfords ist alles über die Überzeugung der Beste. Das ist das, wie sie überlebt haben. Während der Rest des Welt um sie zu schreien. Was ist das? Jesus Christus. Ja, nur das Gegenteil, wenn du es denkst. Was genau Crawfords machte mit diesen ... verletztenen? Was ist mit ihnen passiert? Ja, du kennst schon einige von ihnen. Fug mich. Ja, jemanden, der krank wurde, jemanden zu alt, jemanden, den sie wussten, nicht stark genug, um zu überleben. Ja, das war super. Aber wie kriegen die denn Nachschuhe? Ja, das war super. Ich wusste es. Lee, ich wusste, sie war die, die uns folgen. Fug dich mit uns! Nein, hat sie nicht! Ja, ich wusste es. Ja, ich wusste es. Ja, ich wusste es. Ich wusste es nicht, ich wusste nicht, wer die Leute sind. Entschuldigung, Kenny. Die Musik auf der Radio war ein Mann, erinnerst du? Ja. 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 Ja, Kenny. Ja. 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 Wo hab ich geh'n? Mh, nee. Seitenstraße, Seitenstraße. Ach, echt Kenny? Oh, der wenigstens die Kleine. Na, Kenny, guck nicht so verängstigt. Das klingt aber schnell. Ähm, ähm. Hat er mich gerade losgelassen, die Pfeife? Über den Container? Kommt noch mehr? Ach, nö, 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 nö. Ah, Gully. Use that to pride open. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich drücke doch, ich drücke doch, ich drücke doch, ich drücke doch. Oh Gott. Bleak! Bleak! Clementine! Can you hear me? Hey, if you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there. Shit.